Präsentation als Serie von JPEG- oder PNG-Dateien abspeichern Es kann schon mal passieren, dass Sie eine Präsentation gerne weitergeben möchten, aber Ihr Partner kein PowerPoint besitzt und somit die Präsentation nicht öffnen kann. Am einfachsten speichern Sie in diesem Fall die Folien als PDF ab oder als PNG- bzw. JPEG-Dateien. Dann kann Ihr Partner die Folien direkt als Bilder verwenden. Wechseln Sie über Datei in die Backstage-Ansicht und wählen Sie darin Freigeben. Hier klicken Sie auf Dateityp ändern und wählen je nach Ausgabequalität PNG für Druck oder JPEG für das Web. Wählen Sie einen Speicherort und entscheiden Sie, ob Sie nur die aktuelle Folie als Bild speichern möchten oder jede Folie. Der Export war erfolgreich. Bestätigen Sie mit OK und wechseln Sie in den Speicherordner. Hier wurde ein Unterordner mit dem zuvor eingegebenen Namen angelegt, der jede einzelne Folie als Bild enthält. Dimension unchanged. So wird die Folie vorgestellt. Hier sind ein Bild enttäuscht. In der Art von der Übersetzung hier. Wie verletzt du es ein Bild? Hier wird die�lichen Formen angeht, wie wenn ich nicht mal ein Bilde anfangen möchte. Hier wird die Folie vorliegenden Anstatt quelle gebracht. Hier wird das Bild, wenn man sich nicht gebetriegt. Wir schauen, die Telefonkarte auf das Bild ausmacht.